Herzlich Willkommen, schönen Mittwochvormittag. Wir werden noch ein bis zwei Minuten zuwarten. Wir hoffen noch auf ein paar Teilnehmer. Ich hoffe, sie können mich gut hören. Ich kann schon mal ankündigen, dass es die Check-Funktion gibt für mögliche Fragen, auch während der Präsentation von Herrn Dr. Thomas Passloch. Und am Ende der Präsentation wird es die Möglichkeit geben für dann ein kurzes Q&A. Ungefähr um, ich schätze, um 3.155. Vielen Dank. 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 Mein Name ist Pascal Müllner, Business Development Digitalisierung beim Humantechnologie Cluster der Steiermark. Es freut mich sehr, Sie heute willkommen zu heißen zu unserem Cross-Cluster-Webinar mit den anderen steirischen Clustern, dem Mobilitätscluster der Access Styria, dem Design Cluster Creative Industries, dem Internationalisierungscenter der Steiermark und dem Silicon Alps Cluster. Vielen Dank. Ich möchte mich auch schon an dieser Stelle sehr beim China IP SME Helpdesk bedanken für diese Möglichkeit. Unseren Cluster-Mitgliedern und auch ein paar externen Gästen einen Einblick geben in IP Rights in China und Technologietransfer nach China. Dazu darf ich jetzt herzlich willkommen heißen, unseren Speaker Dr. Thomas Patloch. Er hat sich schon früh, also schon in seinem Doktor der Rechtswissenschaften an der Universität in Passau in seiner Doktorarbeit, hat er sich schon den chinesischen IP Rights gewidmet. Er hat danach einige Jahre auch in Shanghai gearbeitet als in diesem Bereich und ist mittlerweile ein Experte für Industrial Property Rights und eben Technologietransfer mit dem speziellen Focus auf China. Heute spricht er als Ansprechpartner des China IP SME Helpdesk, wo ich eben nochmal erwähnen darf, dass dieses eine gratis Möglichkeit ist, der Beratung von der European Commission. Und freue mich jetzt sehr, dass ich das Wort Dr. Thomas Patloch übergeben darf und möchte nochmal erinnern an die Möglichkeit, Fragen via des Chats zu stellen, die wir im Anschluss an die Präsentation dann thematisieren werden. Bitte, Thomas, the stage is yours. Vielen Dank, Pascal und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir heute für ein kurzes, knackiges Webinar zusammenkommen, um mal so ein bisschen anzuschauen, was tut sich in IP in China, was sollte man beachten? Wir haben im Vorfeld besprochen, dass wenn einige Teilnehmer unter Ihnen doch besser im Englischen unterwegs sind und die anderen Teilnehmer damit einverstanden wären, dass wir das gerne auch auf Englisch halten können. Wenn das also so wäre, dass ein oder zwei Zuhörer heute sagen, English would be better, dann bitte eine kurze Nachricht per Chat und wir können dann auch sehr schnell umschalten und das Ganze dann gegebenenfalls auch auf der derzeitigen Lingua Franca Englisch halten. Die Slides sind sowieso auf Englisch, das heißt, im Wesentlichen dürfte einiges sozusagen auch schon sich aus den Slides selbst erklären. Ich würde dann einfach in dem Moment umschalten, in dem ich den Go kriege seitens unserer Organisatoren. Wir haben die Präsentation heute so ein bisschen aufgebaut, dass wir gesagt haben, 10 Golden Rules sozusagen, einfach um einen Überblick zu haben, was sind so 10 Must-Haves. Und das Erste, was man sich immer wieder vergewertigen muss, ist, dass natürlich one size doesn't fit all. Es ist immer schwierig, mit einem klaren Set von 30 Minuten ein Problem anzugehen, das halt mit Eigentum zu tun hat und mit der Frage, wie kann ich eigentlich sicherstellen, dass meine geistige Leistung, meine Innovation nicht geklaut wird, beziehungsweise wie kann ich es richtig monetarisieren, ohne Fehler zu machen. Ich habe Ihnen hier mal 10 Golden Rules aufgestellt, die sicherlich zu den Kernregeln gehören. Und wir gehen jetzt einfach einer nach der anderen durch, um einmal die Einzelheiten und die Besonderheiten im chinesischen System uns anzuschauen. Das Erste, was ich gerne mache, weil man sich dann doch häufig etwas unsicher fühlt, ist, die Rechte klarzustellen. Wenn man IP sagt, dann denken viele Leute an ganz verschiedene Dinge und das Feld ist tatsächlich recht weit geistiges Eigentum, das immaterielle Eigentum, das umfasst technische Lösungen für technische Probleme. Also die Idee, das ist etwas, was Sie über das Patentrecht schützen und am Ende auch nur über das Patentrecht schützen kann. Viele Menschen verwechseln das mit dem Urheberrecht und sagen, ja, Moment mal, das ist doch Copyright. Aber Copyright ist eigentlich nur der Schutz einer Formgebung. Wenn ich also ein Buch über einen Zauberlehrling schreibe, der ein Waisenkind ist und von einem bösen anderen Zauber verfolgt wird und in irgendeinem Schloss in Schottland lebt, dann ist das durchaus zulässig und nicht automatisch eine Verletzung des berühmten Romans von J.K. Rowling. Deswegen muss man gerade bei diesen beiden Rechten scharf unterscheiden und sagen, was schütze ich eigentlich? Schütze ich hier eine technische Lösung oder schütze ich hier eine Formgebung? Daneben die bekanntesten geistigen Eigentumsrechte sind natürlich Marken und Designs. Die Marke, der Name der Ware, nicht mein eigener Name, nicht der Name meines Unternehmens, obwohl manche Unternehmen in ihrem Unternehmensnamen auch die Marke führen, sondern sozusagen der Name und die Bezeichnung für das Produkt oder die Dienstleistung, die sie anbieten. Designs wiederum schützen sozusagen als kleine Münze des Urheberrechts ebenfalls die äußere Gestaltung eines Produkts, nicht unter allen Umständen. Und in China müssen Sie dazu sogenannte Design-Patterns anmelden. In Europa ist das etwas leichter. Da wird man gegen vollumfängliche, identische Nachahmungen für einen gewissen Zeitraum geschützt, selbst wenn man nichts eingetragen hat. Das ist in China anders. Grundsätzlich, also wenn Sie sagen, Sie gehen nach China oder Sie überlegen, wie Sie Ihren Schutz in China verbessern können, müssen Sie sich auch daran orientieren, ja was schütze ich hier eigentlich? Ein Punkt, der hier nicht auf der Slide sozusagen als registriertes Recht aufgeführt ist, aber der genauso wichtig ist, ist das Handelsgeheimnis, the Trade Secret. Und das Handelsgeheimnis kann, muss aber nicht das berühmte Know-how umfassen, wie man etwas tut, technisches Wissen zur Umsetzung, zur Herstellung oder Ähnlichem. Ganz wichtig ist, dass Sie sich klar machen, dass Sie immer wieder, wenn Sie in ein fremdes Land gehen, vorher, bitte vorher sich anschauen, ob Sie die Rechte geschützt haben und wie Sie die Rechte schützen können. Das ist deshalb so wichtig, weil in Ländern wie in China es durchaus passieren kann, dass die Marke, das Urheberrecht und vielleicht sogar das Patent schon durch einen Dritten angemeldet wurde. Und dieser Dritte kann dann grundsätzlich einmal aus diesen Rechten gegen Sie vorgehen. Was vielen nicht ganz klar ist, ist, dass dieses Durchsetzen dieses Eigentumsrechts kein Verschulden ihrerseits erfordert. Das heißt, solange Sie die Marke nutzen, auch wenn es Ihre ist und Sie gehen nach China und jemand anders hat die Marke für diese Waren und Dienstleistungen eingetragen, können Sie aus Ihrer, in Anführungsstrichen, eigenen Marke in Anspruch genommen werden. Das kann sehr, sehr unangenehm werden, wenn zum Beispiel Lieferungen aufgehalten werden, wenn plötzlich die Polizei bei Ihnen im Hause steht oder die Verwaltungsbehörde und Ihre Waren beschlagnahmt. Und der Weg ist lang und steinig und das sollten Sie vermeiden, wenn Sie diese Marke zurückbekommen wollen. Und deswegen sollten Sie es vermeiden, nicht vorher schon nachgeschaut zu haben, ja, gibt es da irgendwelche Rechte Dritter? Hat da jemand schneller als ich angemeldet? Auch ein Punkt, den viele unterschätzen, ist, dass China sehr stark ist, was die Anmeldung und die Generierung von Rechten angeht. Viele mögen im Einzelfall nicht unbedingt bestandskräftig sein oder könnten auch eine Kopie oder ein sogenanntes Grabbing, ein Diebstahl sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Register blind ist und erst einmal das Recht annimmt und wenn es die Voraussetzungen erfüllt, einträgt und damit ganz schnell auch ein IP-Recht für einen Dritten entstehen kann. Wichtig ist auch, dass wenn Sie in Partnerschaften treten und ich rede jetzt ganz besondere zu den Clustern heute, zu den Pharma-Clustern, innovativen Clustern, dass Sie sich genau überlegen müssen, dass Ihr Partner vielleicht, wenn Sie anfangen mit ihm zu reden, sofort einzutragen. Die meisten chinesischen Geschäftspartner tun dies, viele auch mit dem Hinterkopf, wenn ich es nicht tue, tut es ein anderer und dann kann ich nicht mehr kooperieren, also zum Schutz der sich anbahnenden Kooperation. Aber es bedeutet auch, dass dann erst einmal die Marke weg ist oder das Urheberrecht erst einmal für jemand anderen eingetragen ist oder noch schlimmer, dass Patent auf jemand anderen angemeldet wurde. Und deswegen müssen Sie Ihren Partner gut kennen. Sie müssen wissen, mit wem habe ich es zu tun? Was macht er? Wo ist er unterwegs? Welche Rechte hat er eingetragen? All das können Sie relativ leicht im chinesischen Netz oder wenn Sie Hilfe brauchen, auch über den IPA SME Herddesk oder eben über Service Provider in Erfahrung bringen und können damit eine viel bessere Entscheidung treffen, wie Sie sich am besten schützen. Ganz wichtig ist mir auch, dass Sie bitte niemals auf die China-Stereotypen zurückfallen. China hat sich so schnell entwickelt, dass viele dieser Stereotypen, die Sie immer noch in weiten Teilen, zum Teil sogar der Medienlandschaft finden, einfach nicht mehr stimmen und überholt wurden durch die Wirklichkeit. Man muss also hier aufpassen. Das ist ein Slide, von dem ich mir hoffe, dass Sie es nicht vergessen, wenn Sie alles andere vergessen, was ich in dieser kleinen Vorstellung vortrage. Denn es zeigt das, was auf Sie zukommt. Eine Tsunami, eine riesige Welle und zwar von Rechten, von eingetragenen Rechten. Das sind noch ältere Slides, ältere sozusagen Statistiken, die zeigen Ihnen den Anstieg an Anmeldungen von Patenten und von Marken. Und wenn Sie diese Slides später bekommen und durchgehen, dann werden Sie unten sehen, dass die Anmeldezahlen durch die Ausländer relativ konstant niedrig sind, die aber durch chinesische Unternehmen stark ansteigen. China ist also ein sogenanntes IP-Rich-Country, ein Land mit vielen geistigen Eigentumsrechten. Und das ist so ein bisschen wie, wenn Sie sich ein Auto kaufen und Sie kaufen sich ein zweites Auto und ein drittes Auto und dann stellen Sie es in die Garage. Irgendwann werden Sie mit dem fahren und irgendwann geschienen dadurch auch Unfälle. Sie müssen also auch realisieren, dass Sie in einen sehr wettbewerbsfähigen Raum treten und dass die chinesische Seite nicht so wie vor 20 Jahren sehr viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, welche Rechte gibt es von wem, wer hat sie gehalten, wer hat sie eingetragen. Ohne eingetragene Rechte wird es in aller Regel sehr schwer. Und Sie müssen daran denken, dass die Eintragung nur in Österreich, Deutschland, Europa nicht ausreicht. Es ist einfach so, dass im geistigen Eigentumsrecht Sie ein Prinzip haben, das Prinzip der Territorialität, das besagt, dass Sie nur in dem Land, wo Sie auch etwas eingetragen haben, beziehungsweise wenn es um Urheberrechte geht, die Sie grundsätzlich nicht eintragen müssen, in dem Land, wo Sie Schutz begehren, nach den Voraussetzungen des jeweiligen Landes Schutz genießen. Vereinfacht gesagt, Sie müssen für jedes Land separat Rechte sichern. Und das geht nur über Anmeldungen, Registrierungen, beziehungsweise manchmal auch über ein zentrales Anmeldeverfahren, das es im Patentrecht gibt. Vielleicht haben Sie schon vom Patent Corporation Treaty gehört. Das erlaubt über einen Kanal Marken anzumelden. Bei der Marke ist es das internationale Madrida-Übereinkommen. Und auch in den Designs gibt es Bemühungen, dass sich demnächst vielleicht dort auch ein internationales Agreement für China ergibt. Damit haben Sie nur einen Weg, wie Sie leichter anmelden können. Die Anmeldung tun müssen Sie trotzdem, Sie müssen sie vornehmen. Was Sie nicht registrieren müssen, sind zum Beispiel Handelsgeheimnisse. Das Handelsgeheimnis und das Know-how ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen in Europa, in Österreich, in Bayern und in Deutschland. Es ist viel mehr Know-how, was Sie selbst vielleicht so wahrnehmen. Und auch in den Bereichen wie Pharma, wo es sehr viele standardisierte Verfahren gibt und sehr viele Dienstleister, ist der Schutz von den einzelnen Informationen, die Sie haben, die oft effektivste Waffe gegen Nachahmung. Seien Sie also bereit, schauen Sie sich das genau an. Und wenn Sie rübergehen und drüben auch Manufacturing betreiben, oder Sie nehmen einen Contract Manufacturing, ein CMO, oder Sie machen Clinical Trials drüben, oder Sie machen eine Collaboration on Research, dann denken Sie bitte daran, dass Sie in all diesen Fällen besonderes Augenmerk auf den Schutz von Know-how legen und verwenden Sie bitte nicht nur einen Paragraphen Ihrer Standardklauseln. Das wird nicht ausreichen, um Know-how im Verletzungsfall effektiv auch durchsetzen zu können und verteidigen zu können. Sie müssen sich also angesichts dieser Vielfalt an Anforderungen entscheiden, was registriere ich eigentlich, wie viel Kosten, wenn nicht dafür auflohnt, sich das Ganze. Ich habe Stereotypen erwähnt und ein Stereotyp ist, in China kann man sowieso nichts durchsetzen. Das ist komplett falsch. Wir haben sehr gute Erfahrungen mittlerweile. Wir haben hohe Schadenersatzsummen erstritten. Es ist ein sehr streitbares Umfeld und Sie müssen sich darauf einstellen, dass entweder Sie streiten werden oder vielleicht Sie einmal als Klagter sich dagegen wehren müssen. Das, was Sie in jedem Fall tun sollten und müssen, ist Ihre Marke zu schützen. Und das ist ein sogenanntes Must-Have. Machen Sie dies nicht, wird es ganz, ganz schwer. Es gibt derzeit noch eine Rechtsprechung, die Sie davor schützt, dass wenn Sie in China nur herstellen und ins Ausland exportieren, dass dann, wenn ein Dritter Ihre Marke registriert hat, Sie trotzdem keine Markenverletzungen begehen. Diese Rechtsprechung ist aber unter konstanter Kritik, unter Feuer, kann sich schnell ändern und dann würde das bedeuten, dass der Markt praktisch dicht wird, wenn ein Dritter Ihre Marke hat. Marken werden eingetragen mittlerweile beim CNIPA, das ist die China National IP Administration. Das ist das frühere Patentamt, das das Markenamt sozusagen aufgesogen hat. Und dort müssen Sie dann entscheiden, in welchen Klassen, da gibt es eine Klassifikation, Sie Ihren Namen schützen wollen. Auch hier wieder geht es um Geld, um die Frage, wie viel mache ich eigentlich wofür? Sie müssen auch die Klassen gut auswählen, denn es gibt so ein Unterklassensystem, das ist erlaubt, dazu kommen wir gleich, durchaus auch ähnliche oder sogar identische Marken in denselben Klassen einzutragen, wenn Sie das nicht gut strukturiert haben. Sie müssen auch wissen, dass es nicht darum geht, dass Sie die Marke zuerst benutzt haben, sondern Sie müssen zuerst anmelden und Sie müssen immer daran denken, dass die Marke schützt Ihre Waren und Dienstleistungen nicht notwendigerweise Ihre Firma. Und die Firma ist manchmal mindestens genauso wichtig wie die Marke. Und es gibt zwar internationale Übereinkommen, die diese Firmenrechte theoretisch auch in China schützen, aber de facto müssen Sie das über eine Marke tun, um effektiven Leverage, um einen Hebel zu haben. Sie müssen sich auch überlegen, wie das im Internet ist, wenn Sie auf Webseiten gehen, wenn Webseiten-Namen oder Bezeichnungen von Produkten dabei sind, wie Sie das strukturieren. Das ist schon etwas tiefer gehend, aber das ist Teil dessen, was Sie sich überlegen, wenn Sie in den Markt hineingehen oder Kooperationen ausbauen wollen, wie schützen Sie das, was Sie aufbauen? Wie schützen Sie Ihre Bezeichnungen? Wie bleiben Sie unique im Markt und können von Ihren Kunden gefunden werden und werden nicht nachgeahmt? Und da ist jetzt das Problem, dass Sie dazu auch die richtige Auswahl an Marken benötigen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele hineingenommen in die Folien, wo Sie dieselbe Marke GEM in derselben Klasse finden, allerdings in sogenannten unterschiedlichen Unterklassen. Das ist anders als in Europa. Zwar gibt es jetzt auch eine Common Classification und auch die Markenbenennung, die Benennung von Waren und Dienstleistungen ist genauer geworden im europäischen Recht. Aber in China ist das schon noch mal eine deutlich schwierigere und herausforderndere Angelegenheit. Und deswegen überlegen Sie sich bitte genau im Vorfeld, für welche Waren und Dienstleistungen Sie die jeweilige Marke brauchen und überlegen Sie sich auch, ob Sie eine defensive Registrierung machen, ob Sie vielleicht gewisse Unterklassen blockieren, Waren benennen, die Sie jetzt nicht vernennen, aber vielleicht in der Zukunft verwenden würden oder die dann doch irgendwie in denselben Verkaufsplattformen und Kanälen eine Rolle spielen. Da gibt es einen Benutzungszwang für Marken. Das ist dann in China drei Jahre seit der Registrierung. Das müssen Sie sich dann auch noch als Strategie zurechtlegen. Wenn Sie das alles richtig machen, haben Sie Ruhe. Andernfalls kann eben das passieren, was Sie hier auf den Slides sehen. Kommen wir zum weiteren Recht, das in der Praxis eine enorm hohe Bedeutung hat. Und zu Recht, das ist das Patent. Das Patent bezeichne ich häufig so ein bisschen als die Atombombe im geistigen Eigentum. Denn wenn Sie eine Patentverletzung begehen und wenn Sie einmal das Pech hatten, dass Sie in Europa in so einer Streitigkeit verwickelt wurden, dann lernen Sie schnell kennen, wie weitreichend die Verpflichtungen sind für einen Verletzer, was er alles tun muss und wie viel Geld er ausgeben muss, um die Verletzung abzustellen. Es reicht also nicht einfach aufzuhören, sondern da kommt Schadenersatz, Marktbeseitigung, Scherzen, Kosten, Auskunftsanliegen und Ähnliches. In China entwickelt sich das in dieselbe Richtung. Gerade eben wurde das Patentrecht neu gefasst. Das wurde geändert. Das tritt seit 1. Juni 2021 dann in Kraft. Und zum Beispiel die Schadenersatzhöhen wurden deutlich erhöht. Mittlerweile gibt es einen sogenannten pauschalierten Schadenersatz, der 600.000 Euro beträgt. Und auch das ist eine Menge Geld. Natürlich gibt es daneben auch den normalen Schadenersatz, den man nachweisen muss. Aber als Hinweis für Sie, Patentrechte sind the big game und sind im Pharma-Bereich absolut notwendig und üblich. Sie schützen in China damit die technische Lösung für ein technisches Problem, ähnlich dem österreichischen und deutschen Recht. Sie haben ähnlich dem deutschen Recht auch ein Gebrauchsmuster. Das ist so eine Art kleines Patent, das nur für die Hälfte der Laufzeit läuft. Aber hüten Sie sich vor Gebrauchsmustern. Gebrauchsmuster sind sehr gefährliche Rechte in China, insbesondere wenn Sie leichte Modifikationen des Standes der Technik beinhalten. Sie können gültig sein. Sie haben den gleichen Schutzumfang wie ein normales Patent und können sehr schnell erteilt werden. Deswegen gehört auch hierzu, wenn Sie in dem Bereich unterwegs sind, dass Sie sich mal anschauen, gibt es eigentlich Gebrauchsmuster, die meine Produkte betreffen. Dienstleistungen nicht so sehr, weil Sie können ein Gebrauchsmuster nicht für Dienstleistungen eintragen. Es ist so, dass im Life Science Bereich das Patentieren auch sehr notwendig und wichtig ist, um Lizenzpartner zu finden, um auch Ihren Vertriebspartner sozusagen zu schützen. Und Sie werden mit der zunehmenden Reform des ganzen Healthcare-Bereichs in China, die so seit 2015, 2017 erheblich an Fahrt gewonnen hat, haben Sie einen ausgesprochen attraktiven Markt in China, der auch zunehmend versucht, Patente zu schützen. Es gibt dort ein sogenanntes Orange Book, das Sie vielleicht schon aus den Anmeldeverfahren in den USA und in Europa kennen. Der Versuch eben, Anmeldungen, Neuanmeldungen darauf hin zu screenen, ob Sie gegebenenfalls Patente Dritter verletzen. Und diese Richtung wird ganz stark gefördert und gefordert seitens der chinesischen Regierung. Wenn Sie also langfristig im Markt sein wollen, patentieren Sie bitte. Kümmern Sie sich darum, nehmen Sie das ganze Thema sehr ernst. Wenn Sie für ein Patent selber durchsetzen wollen, dann ist das eine Hürde, die am Ende zu den Gerichten führt. Viel wichtiger ist der Fall, dass Sie selbst einmal belangt werden wegen einer Patentverletzung und ein Dritter auf Sie zukommt und sagt, das verletzt mein Patent. Da haben Sie in aller Regel den sogenannten Einwand der Nichtigkeit, den Sie aber dann schnell und in einem separaten Verfahren durchführen müssen. Sie können also nicht warten auf das Verletzungsverfahren und dann dort vorbringen, warum das Patent ungültig sei, sondern vergleichbar einigen Jurisdiktionen in Europa, ein sogenanntes By-Track-System, also ein zweigleisiges System, müssen Sie in einem speziellen Verfahren vor dem Patentamt erst einen Antrag auf die Nichtig-Erklärung stellen. Und das läuft separat von den Verletzungsverfahren. Das bedeutet auch hier, dass man sich im Vorfeld genau anschaut, wenn ich mit Technologie in den Markt gehe, ist das vielleicht Prior Art? Ist das etwas, was ich in irgendeiner Form schon einmal öffentlich verwendet habe? Kann ich das nachweisen? Und das ist der entscheidende Punkt. In allem, was Sie in China tun, kann ich es nachweisen, die Beweislast. Sorgen Sie dafür, dass Sie gerade, was das Unterlagenmanagement angeht, dass Sie Nachweise zu Ihren eigenen Verkäufen und Ähnlichen, dass Sie auch zu der Erschaffung von Technologien ausreichende Dokumentation haben. Eine große Herausforderung, das kenne ich sehr gut, aber es ist ein ganz wesentlicher Baustein, um viele Probleme schon im Vorfeld abzuwirken und sehr viel Geld zu sparen. Deswegen vielleicht so ein bisschen zur Parallele zur DSGVO, die auch sehr viel Paperwork abverlangt. Kümmern Sie sich darum einmal richtig und danach haben Sie deutlich weniger Risiken und viel mehr Ruhe und können Ihrem Geschäft nachgehen. Ein weiteres Recht, das ich Ihnen sehr ans Herz lege, sich genau anzuschauen, ist das Urheberrecht. Das Urheberrecht ist ein sehr nützliches Recht. Es erfasst nämlich nicht nur die klassischen Werke, Kunst, Musik, Bücher, sondern es kann halt auch einmal auf eine ganz normale Betriebsanleitung Anwendung finden, auf das sehr innovative Design einer Webseite, wenn das sehr überdurchschnittlich ist, auf die Bilder auf einer Webseite oder die Bilder, die nicht nur rein technische Abbildungen sind. Und es kann natürlich auch Übersetzungen und Ähnliches erfassen. In China wird sehr viel gestritten im Bereich des geistigen Eigentums. Wir haben viel mehr Verletzungsverfahren als in Europa, Deutschland, Österreich. Und zwar sind das deutlich über der sechsstelligen Zahl von 150.000, 160.000 im Jahr. Und diese Zahlen zeigen, dass darunter sehr viele Fälle für Urheberrechtsverletzungen sind, auch für Software. Denken Sie also daran, dass Sie in diesen Bereichen die eigene Schutzfähigkeit prüfen, dass Sie sich anschauen, was können Sie unter Umständen noch mit einem Copyright-Vermerk versehen. Denken Sie daran, dass Sie so simple Dinge tun, wie auf Ihre Betriebsanleitung, wenn Sie das als elektronisches File machen, auch bei den Eigenschaften des elektronischen Files, einfach Ihren Namen reinzuschreiben oder Ihr Unternehmen. Da gibt es nämlich Beweiserleichterungsregeln, die dann besagen, dass wenn jemand Drittes das verwendet, Sie sich darauf leichter verlassen können und sagen können, das bin ich, das ist mein Recht und das wurde verletzt. Und damit haben Sie viel schneller Ansprüche und können viel mehr sozusagen auch an Exklusivität bewahren. Das Urheberrecht ist auch für Software einschlägig. Es wird ein Versuch unternommen, das zunehmend zusammenzuführen. Es gibt sehr viele Verletzungsverfahren zum Urheberrecht im Softwarebereich. Und Software können Sie ebenfalls wie normale urheberrechtliche Werke auch registrieren lassen. Registrierung ist nicht teuer, die kostet so 850 Euro, gilt dann so lange, wie das Urheberrecht besteht. Und gibt Ihnen einen Anscheinungsbeweis, dass Sie der Inhaber des Urheberrechts sind. Wenn Sie in der Vergangenheit in Europa schon einmal damit zu tun hatten, dann wissen Sie, dass die Frage der Inhaberschaft, des Nachweises, dass das Recht Ihnen gehört, häufig eine der schwierigsten ist. Und deswegen lege ich auch ans Herz, zu prüfen, ob Sie nicht ein Urheberrecht eintragen lassen und dann mit einer registrierten Urkunde auch gegenüber Dritten auftreten können. Übrigens auch gegenüber Markenanmeldungen, die Ihre Werke häufig inkludieren. Sehr, sehr häufig wird der Versuch unternommen, zum Beispiel ein aussagekräftiges Design zu übernehmen mit einem anderen chinesischen Zeichensatz oder einem anderen lateinischen Wort, um dann mit dieser Marke ebenfalls Verwirrung zu stiften. Es ist ein sehr, sehr nützliches Recht, das man sich gut anschauen soll. Ich habe auch vorhin schon zu den Urheberrechten gesprochen, zu den Geschäftsgeheimnissen gesprochen, die sehr stark verbunden sind mit dem jeweiligen Geschäftsmodell. Sie haben immer, wenn Sie technische Lösungen haben, den Zwiespalt zu fragen, mache ich daraus ein Patent? Und das bedeutet, dass das Patent veröffentlicht wird, dass es Dritten zugänglich gemacht wird, dass es eine Art Publikation dessen ist, was Sie haben und was Sie können. Und auch eine Art Umreißen von dem, für was Sie Schutz bekommen. Im Know-how geht das etwas anders. Know-how wird insbesondere geschützt durch Verträge und durch eigene Schutzmaßnahmen, durch das faktische Wegsperren und faktische Versperren des Zugangs. Und damit, dass es einen praktischen Wert hat und ganz konkret für Sie, für Ihr Unternehmen, im wirtschaftlichen Wirken einen positiven Beitrag leistet. Know-how ist auch etwas, was tatsächlich für viele, viele chinesische Unternehmen immer noch einen immensen Wert hat. Westliche Unternehmen unterschätzen, auch insbesondere österreichische Unternehmen, Hidden Champions, unterschätzen sehr häufig, wie wichtig kleinste Details aus chinesischer Sicht sind. Zu verstehen, warum man es so macht und nicht so. Warum eine Schraube an einen anderen Platz gehört und warum man ein gewisses Werkzeug verwendet. All diese Dinge sind enorm nützlich und können auch im Pharma-Bereich, gerade wenn es um Herstellungsverfahren geht, ganz enorme Bedeutung erlangen. Seien Sie extrem vorsichtig und seien Sie paranoid, was die Übermittlung von Dokumenten nach China angeht. Sie müssen wissen, dass in der Kultur, in der chinesischen Kultur, das Teilen, das Weitergeben, Teil eines Netzwerkpflegens ist. Dass das einfach ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Befreundung und des Aufrechterhaltens von Freundschaft ist. Dass es auch dazu dient, sozusagen neue Opportunitäten über die Netzwerke zu identifizieren und dass deswegen das Mitteilungsbedürfnis und die Neigung zur Mitteilung im chinesischen Raum viel, viel größer ist als das, was wir kennen. Das hat auch ein bisschen mit der Heißernsgesellschaft zu tun. Es hat was mit kaufmännischem Neugier und mit natürlich auch der Bereitschaft zu Risiko zu tun und führt dazu, dass Sie bei vielen Dingen, angefangen von einer E-Mail-Übermittlung eines Dokuments, mal darüber nachdenken sollten, ob Sie das nicht doch Passwort verschlüsseln. Ob Sie es bei nur an Personen übermitteln, bei denen Sie nachweisen können, dass diese Personen Sie erhalten haben. Ob Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung haben, die eben auch die richtigen Klauseln beinhaltet. Wenn da drin steht, Sie gehen vor die österreichischen Gerichte, können Sie das Papier schön zusammenfalten und in die Ecke legen, aber Sie können es nie durchsetzen, wenn es um eine Durchsetzung vor Ort in China geht. Das sind viele kleine Kniffe, viele Dinge, die einfach zum Know-how auch bei der Vorbereitung gehören, die aber immensen Wert entfalten, wenn Sie dann im Markt unterwegs sind oder auch wenn Sie vor China vor Ort Know-how generieren. Überlegen Sie auch, dass Sie in diesen Bereichen, wenn Sie Lizenzvereinbarungen machen, unter spezielle Regelungen fallen, die in weitesten eine Art Staatskontrolle darstellen für Technologieimport und Export. Also wenn Sie China nutzen als Kollaborationsbasis für neue Daten, für neue Ergebnisse, für neue Forschungen, dann finden mittlerweile eine Vielzahl an Regularienanwendungen, die Sie auch auf der administrativen Ebene beachten müssen, selbst wenn Sie österreichisches Recht oder deutsches Recht oder anderes Recht gewählt haben. Das führt dazu, dass Sie auch hier die Verträge ein bisschen anders gestalten müssen. Es gibt auch inhaltliche Anforderungen nach diesen Regelungen und Sie müssen wissen, dass manche Daten automatisch an chinesische Datenbanken weitergegeben werden. Kümmern Sie sich darum, schauen Sie sich das an und sorgen Sie dafür, dass Sie Kontrolle über das haben, was Sie rausgeben, soweit es eben irgend geht. Und seien Sie sich bewusst, dass wenn Sie Ihre Blackbox nach China geben, dass das anders als in anderen Ländern häufig bedeutet, irgendwann ist es öffentlich. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren, aber nach wie vor ist es ein schwieriges Umfeld für den Know-how-Schutz. Und da kommen wir auch zur Frage der Realität. Es gibt immer wieder den Versuch zu sagen, ja, China ist ein besonderer Markt, aber es geht doch nur um Herstellung und Verkauf und so schwer kann das gar nicht sein. Und wenn einer kommt, dann lasse ich ihn einfach machen und das kriegen wir schon irgendwie hin. Das geht in manchen Branchen und in anderen geht es nicht. Sie können das in der Luxusgüterbranche einfach nicht machen, weil sonst Ihre Marke ganz schnell verwässert ist. Wie ist das jetzt, wenn Sie in den Bereich Life Science gehen und sich das dort anschauen? Dort gibt es sicherlich eine Menge an Kriterien, die neben dem geistigen Eigentum wichtig sind, um Erfolg zu haben. Aber es gibt auch den Fall, dass Sie nicht in der Lage sind, Ihre Produkte an den Mann zu bringen, insbesondere wenn Sie nur ein oder zwei Produkte haben, wenn Sie das geistige Eigentum nicht gesichert haben. Wir hatten einen guten Fall, ein sehr interessantes Gerät zur Behandlung einer Lungenkrankheit, ein Medical Device. Und die Kollaboration lief sehr gut. Man hatte zwei, drei sehr schöne, ansprechende Designs gemacht. Und dann kam raus, dass der Geschäftsführer vor Ort parallel eine Firma hochgezogen hatte und die ganzen Designs angemeldet hatte in China. Und dass nun die Mandantin nicht mehr in der Lage war, das sehr ansprechende und natürlich auch erfolgreiche Design im Markt dann in irgendeiner Form zu verwenden oder im Gegenteil sogar noch das Risiko hatte, selbst als Verletzerin dazustehen. Natürlich gab es da Bösgläubiges Verhalten, Bruch von Arbeitsverträgen und Ähnlichem. Aber das ist ein langer Weg dahin. Es wäre viel besser gewesen, hätte man dieses Design gleich selbst angemeldet und hätte viele, viele, viele Tausend Euro gespart. Sie müssen sich also genau überlegen, habe ich für die Dinge, die ich tun will, tatsächlich den ausreichenden Schutz und habe ich für diesen Schutz auch alles getan, was ich tun kann. Häufig ist das zwar ein gewisser Aufwand, aber deutlich weniger, als man am Anfang befürchtet. Sie müssen auch wissen, dass wenn es um die Durchsetzung geht, wenn Sie eine Marke Ihnen geklaut wurde oder ein Unternehmen auf einer Webseite auftritt und sich die ganze Zeit als Ihr Vertreter geriert und so weiter, zwar möglich ist, aber sie ist zeitaufwendig und sie kann auch Kosten verursachen, wenn die Gegenseite sich wehrt. Und es ist so, dass die Beweishürden hoch sind. Wenn Sie selber keine schriftlichen Nachweise haben, wenn Sie Ihre eigene Verwendung der Marke, Ihre Produkte und so weiter, das Homework, das ich vorhin erwähnt habe, wenn Sie das nicht haben, dann wird es sehr, sehr schwer. Und Sie können sagen, es ist doch offensichtlich, das ist aber für chinesische Behörden und Gerichte häufig eben nicht offensichtlich. Auch hier muss man also realistisch herangehen und sich selber ein Bild davon machen, was kann ich eigentlich durchsetzen und was wird wahrscheinlich nicht gehen. Und der sicherste Sicherungsmechanismus dagegen ist die Wahl des richtigen Partners, wenn Sie es nicht selbst machen. Sie müssen sich Ihre Partner gut anschauen. Und Chinesen sind sehr schnell, lieben es auch sozusagen manchmal viel Wind zu machen und viel Druck zu entfalten. Und Sie müssen sich bei allen Druck und bei allem schnell, schnell, schnell immer wieder darauf besinnen, wie schnell Sie unterwegs sein können und was Sie können und was Sie wollen. Und ob Sie wirklich einfach nur, um einen Abschluss zu haben, ein großes Risiko eingehen oder vielleicht das eine oder andere dann etwas langsam, aber sicher machen und dann auch ans Ziel kommen. Es ist so, dass am Ende Sie einen Mix brauchen von guten Verträgen, selbst angemeldeten Rechten und ab und an werden Sie auch durchsetzen müssen. Und diese Durchsetzung wird Sie in Zukunft in einem Markt wie China, wie in den USA oder auch wie in Europa gegebenenfalls begleiten. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele mal aufgeführt aus dem Markenrecht, weil das vielleicht am einfachsten und auch plakativsten ist, um Ihnen zu zeigen, wie vielfältig im Markenrecht die Nachahmungsversuche sind. Und das oberste Beispiel ist vielleicht noch das harmloseste, weil die Marke kaum verwendbar ist in der Praxis. Aber Sie sehen Puma, Bosch, Nike, New Balance, all die werden hier sozusagen reingepackt und es wird versucht, die für auch gewisse Waren im Bekleidungsbereich zu registrieren. Und das kann am Ende dann doch irgendwie funktionieren, weil dann wird die Marke registriert und zwei Sachen werden weggelassen. Dann heißt es Puma, Bosch plötzlich. Und es wird trotzdem behauptet, dass es eine registrierte Marke sei. Darunter finden Sie weitere Beispiele von sehr bekannten Unternehmen. Und das Problem für die Unternehmen dort ist, dass vielleicht ein Fendi nicht will, dass die Marke auch auf Teppichen verwendet wird oder für Kaffeemaschinen oder Ähnliches. Diese Verwässerungsgefahr ist durchaus ein großes Problem, gerade wenn Sie ein scharfes Markenprofil pflegen. Oder auch bei Beiersdorf, dass ein Unternehmen, das eher im Bereich Kosmetik, Healthcare und Ähnlichem unterwegs ist, plötzlich dann die Marke auf T-Shirts findet. Auch hier ist immer wieder die Überlegung, können Sie sich überhaupt dagegen wehren? Haben Sie eine Marke in diesen Klassen? Häufig wird die Antwort sein, nein. Und dann haben Sie am Ende damit zu leben, dass so eine Marke sich durch den Markt frisst, wenn Sie sich nicht vorher schon ausreichend abgesichert haben. Sie müssen immer überlegen, wenn es zu Verletzungen kommt, muss ich überhaupt was tun? Lohnt es sich? Es ist nun so, dass Sie niemals erwarten können in China und das ist einfach sehr wahr und ein Satz, den Sie sich bitte wirklich auch zu Herzen nehmen. There is no such thing as a free lunch. Also Sie können nicht da reingehen in den Markt und denken, wird schon nicht passieren und ich brauche nichts und ich werde viel Geld verdienen. Im Gegenteil, also everything is possible, nothing is easy in China. Es ist sehr viel Arbeit notwendig, es ist immer ein sehr aufwendiger Markt und Sie müssen wissen, dass am Ende immer ein Stück Kampf dazugehört. Und Sie haben aber auch Optionen, die es leichter machen zum Teil als bei uns. Sie haben sozusagen die Verwaltungsbehörden, die in einzelnen Fällen helfen können. Auf Messen kann das mal sehr nützlich werden oder beim Zoll. Der Zoll kann selber auch, wenn Sie Ihre Marken, Ihre Urheberrechte und andere Rechte dort registriert haben und vielleicht sogar potenzielle Verletzer in den Datenbanken hinterlegen, die Waren aufgreifen und hat eine hohe Rate auch an Erfolg. Sie können auch natürlich zu Gericht gehen. Das wird zunehmend durch die chinesische Regierung gefördert. Und zuletzt können Sie in schwierigen und extremen Fällen auch versuchen, über die strafrechtliche Schiene zu gehen. Das ist der teuerste und schwierigste Weg, aber der, der die allerhöchste Abschreckung erzeugt und häufig enorme Auswirkungen auch im Markt zeigt. Bleiben Sie immer realistisch. Seien Sie mit dem gesunden Menschenverstand, mit dem Sie hier in Europa unterwegs sind, auch in China unterwegs. Schauen Sie sich das an und sagen Sie sich, ich muss jetzt nicht gegen ganz China kämpfen, sondern ich muss die Schlacht schlagen, die für mich wichtig ist. Sie brauchen Geduld. Sie müssen manchmal Wege gehen, die Sie so nicht kennen. Nicht diesen klassischen Weg, ich stelle meinen Antrag bei Gericht und dann wird alles passieren. Manchmal führt der Weg auch über eine Steuerbehörde oder er führt über ein Umweltvergehen oder er führt über Investigationen, die Verbindungen zu anderen Unternehmen zeigen, die einen schädlichen Einfluss haben können. Es gibt viele Wege, wie man versuchen kann, mit Nachahmung und mit Counterfeiting umzugehen. Ein ganz großes Problem ist, wenn Sie die Vogelstrauß-Politik fahren. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo das am Ende irgendwie gut ausgegangen ist, weil es natürlich darauf vertraut, dass die allgemeinen Kräfte des Marktes es schon irgendwie richten werden. In aller Regel, wenn man nichts tut, ist das eine Aufforderung an einen Verletzer, mach mehr. Und in vielen Fällen tun die das dann auch. Und wenn man dann mehrere Jahre zugewartet hat, kommt das Gespenst der Verwirkung im rechtlichen Bereich, dass man sozusagen sowieso sich ganz bewusst seiner Rechte gegeben hat. und deswegen auch hier bitte aufpassen, dass man nicht denkt, das kann doch nicht wahr sein, ich will mich nicht drum kümmern. Es ist ein Spiel, wo Sie Einsätze machen müssen und wenn Sie die Einsätze gemacht haben, auch mit denen spielen müssen. Es ist so, dass bei allem sozusagen Anwaltsgerede von dem, was Sie machen müssen und was noch auf Ihrem Tisch landet, dass man doch am Ende am besten fährt, wenn man sich eine kleine Strategie zurechtlegt und sagt, okay, was ist mein Produkt, was ist mein Ziel, wer sind meine Partner, wo möchte ich hin und sich dann anhand dieses Business Plans so mal ein bisschen zurechtlegt, was man schon hat, was man vielleicht noch braucht, sich dann die Kosten anschaut, die im Bereich Markenurheberrecht deutlich niedriger sind als zum Beispiel im Patentrecht und sich dann auch noch mal so ein bisschen umhört. Insbesondere auch beim IPA SME Helpdesk gibt es viele sehr gute Broschüren, kostenlos zum Download, in Deutsch und in anderen Sprachen und die eine sehr, sehr große Fülle an ausgesprochen nützlichen Informationen beinhalten. Nun ist es als Unternehmer häufig auch schwierig zu sagen, ja, ich verstehe das nicht alles, das ist wahnsinnig viel juristisches Kauderwelsch. Orientieren Sie sich immer wieder daran, was Sie tun wollen, an der Macht des Faktischen, an dem, was Sie umsetzen wollen und stellen Sie sich in diesem Zusammenhang ganz simpel die Frage, was kann denn schiefgehen und was, wenn es gut geht, wie möchte ich, dass es gut geht? Und dann hat man eigentlich eine ganz gute Richtschnur und sogenannte Roadmap, um sich durch den Dschungel zu kämpfen. Die letzte Regel ist eine, die in der Vergangenheit ein etwas progressiver Rat war und die mittlerweile aber wirklich wichtig ist. Sie können Ihr IP, das Sie in China generieren, wirklich nutzen. Es gibt zunehmend Lizenzvereinbarungen, insbesondere im Life Science Bereich, über hohe Beträge, auch über laufende Royalties. Es gibt viele, viele Modelle, mit denen Sie in den Markt treten können oder bei denen Sie auch eine Restrukturierung Ihres Modells im Markt vornehmen können. Und das Lizenzrecht in China ist derzeit noch recht weit. Das kann ein Vorteil sein für Ihr Drafting von einem Lizenzvertrag oder einem Kooperationsvertrag. Und Sie müssen nur am Ende beachten, wo die Grenzen sind, die Leitplanken. Es gibt ein paar Leitplanken, wenn Sie im Bereich Healthcare unterwegs wären und Sie wollen Apps verwenden und ähnliches. Es gibt ein paar Leitplanken, wenn Sie im Bereich Genetik unterwegs sind. Aber es gibt auch viele Felder, die Sie bespielen können. Und dort lohnt es sich, das zu tun. Sie müssen in allen Fällen diese Administrative Regulation for Import and Export beachten. Sie müssen die Datenschutzregularen beachten, die zunehmend wichtig werden. Und Sie müssen sich auch um Dinge wie Tax Issues und Klauseln, die in den Verträgen enthalten sein müssen, andernfalls riskiert man eine Nichtigkeit des Vertrages. Das müssen Sie nach chinesischem Recht noch reinbasteln. Das ist aber alles gut machbar. Ich kann Ihnen sagen, dass ich Unternehmen schon hatte, die haben sich diesen Aufwand am Anfang gespart. Das waren so 3.000 bis 5.000 Euro und waren dann am Ende mit einem Schiedsverfahren von 250.000 Euro bedient. Überlegen Sie sich das gut, ob Sie wirklich sozusagen die kleineren Kosten am Anfang scheuen oder ob Sie, gerade bei Kooperationen, die einen gewissen Wert haben, nicht bei jedem kleinen Kram, aber bei Dingen, die einen gewissen Wert haben, kümmern Sie sich bitte darum, dass Sie auch noch mal nachfragen, nachfassen. Gehen Sie zum Helpdesk, gehen Sie zu Ihrem Anwalt, gehen Sie zu Leuten, die Ihnen helfen können und machen Sie es bitte nicht so, dass Sie versuchen, einen Vertrag selbst zu schreiben. Das wird schiefgehen. Ist leider nicht ganz so einfach, gerade mit der zunehmenden Komplexität des Überschneidens von privatrechtlichen Regelungen und dann den öffentlichen Regelungen zu Technologie, Import, Export, Datenschutz und so weiter. Das jetzt in aller Kürze. Wenn Sie Fragen haben und sozusagen weiterführend in irgendeiner Form Input möchten, melden Sie sich beim Helpdesk. Der Helpdesk ist eine Initiative, die es mittlerweile seit vielen Jahren gibt, die in den meisten europäischen Sprachen Hilfe anbietet. Ich habe die Broschüren schon erwähnt. Die Webseite ist sehr gut. Sie können auch mit den Leuten sprechen und versuchen, weitere Informationen und Informationsquellen, Expertenempfehlungen und Ähnliches zu bekommen. Und es ist so, dass am Anfang alles mit Informationen startet. Wenn Sie wissen, wohin Sie wollen, dann wird Ihnen auch ein günstiger Wind das Schiff unterstützen. Nur wenn Sie das nicht wissen, dann egal, was Sie tun, wird es am Ende irgendwie schief gehen. Also am Ende nutzen Sie die Ressourcen, versuchen Sie das, was es schon gibt, aufzubauen und seien Sie ehrlich, wenn Sie etwas nicht verstehen und kommen Sie dann zu den Experten, die Ihnen helfen, das so aufzusetzen, wie Sie es brauchen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute zu Ihnen sprechen durfte. Ich stehe auch noch gerne für Fragen anschließend zur Verfügung und ich hoffe, dass diese Informationen einen gewissen Nutzen für Sie bringen werden und dass es für Sie auch insoweit etwas aufschlussreicher war, als nur ein allgemeines Austauschen, wie man das so über die Webseiten oder über die Informationen, die man sich runterladen kann, hat. Vielen Dank und ich hoffe, Sie bleiben alle gesund. Danke, Thomas. Während wir noch auf Fragen aus dem Chat warten, möchte ich noch mal an alle Teilnehmer bekannt geben, es wird eine Aufzeichnung geben und auch die Unterlagen werden nachgesendet, das bestehen zur Verfügung. Vielleicht schaute ich mit einer Frage, das ist ja ganz banal, es gibt natürlich neben den kulturellen Herausforderungen in China dann auch zu bedenken, du hast ja da jetzt einige Erfahrungen, Thomas, was ist eigentlich der häufigste Fehler? Kann man das doch verallgemeinern, was der häufigste Fehler den SMEs machen? Ich denke, der allerhäufigste Fehler ist, dass sie einfach in den Markt stolpern, ohne sich zu informieren, was sie schützen müssen, vor allem, was sie schützen müssen. Es ist so ein bisschen so, wie wenn man an den Strand fährt ohne Badetuch und einfach einspringt und sagt, so ja, also das sollte man einfach vermeiden und das liegt daran, dass natürlich Ressourcen und Zeit knapp sind und auch Geld immer eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, die Erfahrung lehrt, jeden Tag, den man darauf vorher verwendet, heißt weniger Geld ausgeben und weniger Zeit aufwenden hinten raus. Also wie geht man zu oft vielleicht dann von europäischen Gegebenheiten aus und nimmt sich eins zu eins und nimmt sich eine fairen Münze dort auch in China und passt sich nicht an den Markt an? Genau. Sonst habt ihr ja auch gesagt, auch bei der Regel 8, es ist besonders essentiell, dass man die richtige Partnerwahl trifft. Das wird sicher auch eine dieser größten Herausforderungen sein, die man als europäisches Unternehmen hat, wenn man nach China geht. könnt ihr dort beraten, empfehlen, gibt es irgendwie dort ein Konsortium an Partnern, auf die man zurückgreifen kann, wenn man bis dato noch gar keinen Kontakt mit China hatte, wo man weiß, die sind vertrauenswürdig? Also das ist das ganz, das ist die Gretchenfrage und viele Unternehmen, die eben nach China kommen, stellen auch fest, ich habe gedacht, die sprechen alle Englisch und es holpert natürlich sehr und am Ende muss man mit Chinesisch operieren, es geht gar nicht anders und das wirft dann schon weitere Fragen auf, man nimmt halt den, der am besten Englisch spricht und das ist häufig gar nicht so der beste Ansatz. Man kann zu den IHKs gehen, die AHKs dann dort vor Ort oder Austria, Wien ist auch sehr, sehr gut und gibt es sehr viele Hilfsprogramme, die wirklich, wirklich sehr aktiv sind und das super machen, aber am Ende ist das nur ein Teil. Ich nehme mir gerne die Japaner zum Vorbild. Die Japaner machen das so, die gehen nach China und verwenden erst mal viel mehr Zeit, als die Europäer das tun, um sich das Ganze anzuschauen. Die schauen sich das alles an, A, B, C, D, stellen unglaublich viele Fragen, immer und immer und immer wieder und dann laufen sie genau durch die richtige Tür mit dem richtigen Partner. Das ist einfach so, dass die dieses schnelle, das Aufspringen und Abspringen kennen, als Nachbarn auch von China und dann sehr geduldig erst einmal den Markt eruieren und ich glaube, das ist, man hat ja häufig nicht die Zeit und Ressource, man will ein, zwei Mal rüberfliegen und dann muss das laufen und das ist das Risiko, dass man sich einkauft, wenn man schnell handelt. Auf Messen selber sich mal anzuschauen, wer bietet denn da was an und wie ist der Messestand gemacht, wie sind die Broschüren gemacht, haben die eigene Patente, versuchen die selber was zu machen. Das sind sehr gute Indikatoren, wie man sich bessere Partner sucht, als wenn man auf irgendeine Plattform geht, eine Matching-Plattform, es gibt viele, viele, viele Matching-Plattformen, auch von Anwaltskanzleern und allem Möglichen. Das ist Hit and Miss, also mal ja, mal nein. Am Ende geht es um die Background-Research, dass man sich anschaut, wer ist denn da der Inhaber, wie lange gibt es die schon, welches Registered Capital haben die, wer sind andere Gesellschafter, in welchen Branchen waren die vorher unterwegs, haben die in ihren Zusammenarbeiten schon sozusagen IP generiert, sind die international erfahren, kennen die auch ein bisschen Österreich oder Deutschland oder so und das sind die Erfolgsfaktoren, die spielen eine viel, viel größere Rolle und deswegen immer meine Bitte, versuchen Sie genügend Zeit mitzubringen, Zeit ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg und schauen Sie sich viel an, glauben Sie erst mal gar nichts, sondern schauen Sie sich alles an, dann läuft es häufig besser. Danke, danke für die, ausführlich Beantwortung, wir haben jetzt auch Fragen von unseren Teilnehmern, die erste wäre, ist es auch notwendig, sein Produkt zu schützen, wenn man über einen EPC zum Beispiel im Mittleren Osten verkauft? Ja, also es kommt ja immer darauf an, ob man, also wie sehr man getroffen wird, wenn das Produkt dann nachgeahmt wird oder ähnliches. Ich persönlich bin jemand, der sagt, die Cash Cow muss man schützen, auch wenn man es über Dritte vertreibt, einfach weil es darum geht, die Dritte könnten auch eigene gerechte Gelten machen oder die wechseln oder man muss umstellen und so weiter. Ich würde es immer davon abhängig machen, welchen Wert marktmäßig, monetärmäßig oder strategisch gesehen hat das Produkt und wenn da ein gewisser Wert anhaftet, schützen. Also immer aufs Nummer sicher gehen und lieber zu viel tun als zu wenig oder einen Bereich schützen. Ein Beispiel, die Marke ist ja ein sogenanntes ewiges Recht. Das heißt, ich kann es immer weiter verlängern, immer weiter verlängern und nach fünf Jahren kann ich eine Marke, die ein Dritter angetragen hat, nicht mehr angreifen, nur noch unter sehr engen Voraussetzungen. Seien Sie vorsichtig, warum sich ausschließen lassen und warum nicht einfach versuchen, sozusagen so zwei, drei Sachen zu generieren, die kann man später sogar auch verkaufen oder lizenzieren. Also es ist ein Markt, man muss China wie die USA sehen, man muss das mit der gleichen Brille betrachten und im Healthcare-Bereich vielleicht sogar zunehmend wichtig. Da sind viele Dinge, die sich anders als früher wahrgenommen geändert haben und wenn man das nutzen will, muss man das Spiel auch mit den richtigen Chips mitspielen, also man muss mit den richtigen Spielbankchips auch an den Tisch kommen. Ja, sehr gut, dass du jetzt gerade die Marke ins Spiel gebracht hast, weil dort kriegst genau unsere nächste Frage zu und zwar ich sehe leider nicht von wem sie ist oder steht, wir haben nie etwas in China gemacht, allerdings wurden aus China bezüglich unserer Marke und Domain kontaktiert. Kann es sein, dass unsere Marke dort bereits von einer dritten Person registriert wurde? Ja, zwei Bestandteile der Antwort. Der erste ist, es gibt wahnsinnig viele We have noticed that someone tries to register your trademark emails und sagen und let us know so we can protect it. Antworten sie auf gar keinen Fall darauf, das ist Spam, man will einfach nur wissen, ist das werthaltig, kann ich jetzt die Marke registrieren, um sie dann zu verkaufen? Also das ist eine sehr gefährliche Sache, wenn man da einfach nur antwortet. Sie können, der zweite Punkt ist, kann es sein, dass ein dritter sie registriert hat? Ja, ganz klar ja, sie können das aber im Internet selber prüfen, es gibt Anleitungen vom Europäischen Patentamt, es gibt eine englische Webseite des Markenamtes, sie können selber nachschauen, ob ein Dritter ihre Marke registriert hat und wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie zu uns oder zu jemand anderen, das ist ruckzuck gemacht und dann können sie sehen, welche Marken hat wer. Sehr, sehr viele Marken sind schon registriert, es gibt Marken Scouts, die sind vor der Pandemie regelmäßig nach Milano, Paris, Deutschland, Österreich gereist, haben sie angeschaut, welche neuen Marken gibt es, haben sie dann drüben angemeldet, also das ist ein Business, das ist ein richtiges Geschäft und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass da schon ein Dritter dran sitzt. So, ich hoffe, die Beantwortung war zufriedenstellend und bitte, falls es noch weitere Fragen gibt, wir haben jetzt keine mehr, bitte noch durchschicken oder falls es darauf aufbauende Fragen gibt, sonst möchte ich jetzt schon mal die Gelegenheit nutzen, um mich bei dir zu bedanken, Thomas, das war wirklich sehr interessant und ein guter erster Überblick und Einblick, ich denke, den virtuellen Applaus musst du dir denken und teilnehmen, wir haben uns ja schon ein bisschen daran gewöhnt, aber ich denke, es sieht gut aus, dass ich das in baldiger Zukunft auch wieder ändern wird. Oh ja, das hoffen wir glaube ich alle sehr. Aber wie man sieht, auch bei dieser Gelegenheit ist es natürlich toll, für so kurze informative Einblicke unkompliziert größere Distanzen zu überbrücken und da hat auch das Webinar seine Berechtigung auch in Zukunft. Nachdem keine Fragen mehr reinkommen, möchte ich mich nochmal bedanken. Bei dir und auch bei den Organisatoren von China IP SME Helpdesk und bei unseren anderen Cluster Partnern neben ACS Theory, Creative Industry Theory, Internationalisierungs Center, Steiermark und beim Silicon Alps Cluster für die Unterstützung und wünsche allen noch einen schönen Mittwoch im Homeoffice oder im Büro, wo auch immer Sie sind. Danke, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.